Ihr meint's? Ich bring nichts zusammen. Aber schau dich an. Du, du hast doch den Leihball stehen. Ich bin nicht brav. Schau dich mal im Spiegel. Der sagt was anderes. Der sagt, ich bin urhübsch. Manchmal sagt, der schneit den Vater ist nicht nix, aber sonst passt's. Naja. Und zu dir, Humongus. Du bist schon viel zu alt für diese Matten. Hat man zuletzt in Japan gesehen? Wo er mit Betty Boa ge-taggt hat und sich lieber eine Ohrfeige gefangen hat, als zu taggen. Für dich reicht's immer noch, Brüschi. Okay, machen wir's einfach. Ich gegen euch zwei bei der nächsten Show. Ernst, du gegen uns zwei, ist lächerlich. Ah, aber gut. Weil das Publikum würde ja sowas gar nicht sehen. So fängt's mal an. Das ist ja kein Problem. Das heißt, wir zwei, Rüsinger-Läusl, der Nett-Plaude, gegen Humongus, den... Einreigen! Einreigen! Nur ein Ei! Nur ein Ei! Nur ein Ei! Ihr wart's mir der letzte Show, wenn der Beierwult... Nur ein Ei! Ja, es passt schon! Das war wirklich unfair. Das heißt, du hast jetzt vier Wochen Zeit, oder sind's fünf Wochen? Wann ist der zweite Sechste? Nächsten Monat! Nächsten Monat! Ja, das ist der zweite Sechste? Ja, gut! Sucht einen Däckten-Partner oder Paterin, ist mir wurscht. Und dann, zweiter Sechster, Liesinger-Läusl-Humongus gegen... Die Kiddies. Kennt man Generationen-Konflikt? Sagen wir mal, das ist kein Konflikt, das ist eine Zerstörung. Das kann ich eines schon sagen.